Die Marktgemeinde Rigersburg mit der gleichnamigen Burg und der römisch-katholischen Pfarrkirche zum Heiligen Martin liegt ca. 35 km östlich von Graz. Mit einer 1170 erstmals erwähnten Kirche ist Rigersburg eine der ältesten Pfarren der Oststeiermark. Die heutige Pfarrkirche wurde allerdings erst ab 1481 durch Burggraf Reinprecht von Reichenburg, dem ersten Feldhauptmann von Kaiser Friedrich III. erbaut. Vollendet wurde die Kirche 1520 durch seinen Sohn Hans von Reichenburg. Im 17. Jahrhundert wurde die Kirche erweitert und im 18. Jahrhundert im Barockstil neu gestaltet. Eines der neuen Glasfenster der Grazer Künstler Adolf und Heide Osterrieder aus dem Jahr 1979. Der Hochaltar mit dem Altarbild, Mantelspende des Heiligen Martin, des Malers Anton Jantl aus Graz, gemalt zwischen 1780 und 1790. Die großen Schnitzfiguren des heiligen Petrus und des heiligen Paulus an den Außenseiten des Hochaltars stammen aus der Zeit um 1760. Neben dem Altartisch stehen seit 1980 die großen Statuen des heiligen Sebastian und des heiligen Johann Baptist de la Salle, rechts das Epitaph für den 1578 verstorbenen Riegersburger Burgherrn Erasmus Stadler. Die Orgel von 1765. In Altarbild, Antiet grew dafür an, y來到 climbiert den La Salle des Hauses Moschens und Nätseln. Die Orgel von 1. Jahrhundert sind dOst. Die Kirche ist ein, und der er, um uns hierhin in einen Norden am 1. Jahrhundert von 1780. Die Orgel waren Die Orgel von 1889. Die Orgel waren garanter wie besagt und antrischer Rolle von